Heute möchte ich euch eins meiner Lieblingsgedichte von Wolfgang Borchert vorlesen. Als der Krieg aus war, kam der Soldat nach Hause, aber er hatte kein Brot. Da sah er einen, der hatte Brot, den schlug er tot. Du darfst doch keinen Tod schlagen, sagte der Richter. Warum nicht, fragte der Soldat.